Ich will jetzt auch nicht jede Woche das Gleiche erzählen. Das ist eine beschissene Situation für uns alle. Das kann sich jeder vorstellen, gerade wenn du diesen Aufwand betreibst, dass du dich nicht mal annähernd belohnst. Und wie gesagt, fällt im Moment auch nicht dann immer einfach, die richtigen Worte zu finden. Ist es einfach so, dass du, und da ist meine Verantwortung dann auch gegeben, also ich stelle mich jetzt hier nicht hin und haue auf alles drauf, aber ich rede auch nicht schön. Weil ein Punkt ist ein klares, steht da. Und wir wissen, und es nützt uns nichts, dass wir in allen Spielen dran waren, gut waren, ein bisschen gut waren, nützt halt nichts. Bundesliga ist ein anderer Job. Und da musst du die Dinge klar, nicht nur klar ansprechen, sondern du musst sie auch klar umsetzen.